Heide heute willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego World ja und wir sind auf dem grünen Planeten angekommen diesmal ohne Ladefehler nachdem er abgeschmiert ist er war noch dem Ding das wird das mal getrun getrun kannst du mit dem Hüpfen Tatsache kann ich mit dem Surfen das ist ja cool hehehe aber was du mal machen kannst ist äh kloppt den mal vielleicht kannst du ihn dann scannen wahrscheinlich frisst er dich mal auf ah ich hab gar kein fleisch na dann ne dann der will erst der will erst hapa hapa haben ja na wie praktisch dass die Bäume gleich nehmen ah ich dachte es wäre ein anderer gewesen öh boot schnellboot brosch 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 da hinten ist ein truck das ist ein truck cool jetzt flutscht es richtig ja ist halt eine neue welt ne ja los lass mich das kennen da kannst du mit dem Ding durch die Gegend fahren scan noch mehr scan scan da hinten ist noch irgendwas was ist das da ist eine laterne eine lampe scan nil von garten schon ein steg oder so da ist was gold was ist es da ist eine angel scan war das eine angel steht oder ist eine truhe scan alles weg kennen das kennen ja läuft es geht nach der fernstelle ist nur am anfang so mit dem gehen da unten wegsgänzt kennen das ist das allerdings ein krokodil weil ich will dann entstieg weil wir das normaler steg weil wir das was anderes ihren sohn komm da runter damit ich dich kloppen kann und zwar so kloppen habe ich ob der bilder aufgleichen aber nichtsdestotrotz so sehr eh nix oder ja voll weggedätscht ja die wollen alle fleisch weil ich habe kein fleisch ja fahr mal ein schmetterling die wir in den wir sind das für ein Vogel kann sie auch kennen oder es ist ein Rabe im Vogel gescannt eine Fledermauswahl gescannt ja das sah aus aber wie ein Vogel da ist eine Truhe ja und da gibt es auch noch was zum Scannen glaube ich unten links der will irgendwas oder will auch irgendwas was was will denn der der will ein Trichter ein Trichter oder so eh ein Gegner kannst du nur mit besonderen Waffen besiegen achte auf die verschiedenen farbigen Herzen warum nicht ja weil der noch am labern ist achso denkt jetzt oh was ist das da rennt einer rum anlass keine Gnade der hat pinschein außer van den zum b walked sind die ist so süß springern ja in der klemme gecatcht und kassbar stift mir die klasse herr aber es geht ja so kann man also auch goldene steine haben sie schon mal was das war einfach und manchmal haben sie vielleicht sogar etwas dabei das noch wertvoller ist und bringen sie zu boden ich will also aufhört zu reden kreativ sein na dann münzen da ist noch was drin du sollst da nicht hoch du sollst da nicht hoch ruhe die ganze ich dachte das grüne könnte ich vielleicht gehen ach so du willst alles kennen alles wird und die lampe vielleicht was kriegen wir weiß nicht was gibt eine paintball waffe das passt sich ja gut schießen ab ich will die lampe das kennen geht nicht doch geht druck wo na einfach geht nicht ich hatte doch gerade ein ding wie dir gehabt jetzt das grün jetzt was für eine schwere geboren sei dank oh guck mal was da ist da ist die asche was willst du jetzt war mal kurz links oder rechts der will doch immer noch den die amal gleich ist es da aber da ja da stand einer der wollte glaube ich genau die wache war aber der will noch ein eis was will der haben das heißt dann kriegt auch keine paypal nö da hast du pech gehabt kriegst du gar nichts von mir ja so da hinten ist aber was goldenes und da ist ein goldener stein was muss ich machen was will der ach da ist er wird angegriffen ich hau dir die rübe weg musst du den verteidigen dass du den noch einer die kloppen oder ja doch ja kannst du mal bitte loslassen die mutter und ich wollte eigentlich nicht das krokodil hauen wir haben ja alle ich bin tot hast du keine waffen oder so macht die paintball waffe schaden ich habe nur die paintball waffe ja macht überhaupt schaden weil ich muss mal jemanden anschieben mal gucken oh man jetzt habe ich den stein nicht bekommen ja doch gar keinen mehr ist ja scheiße war dann doch wieder man hält ja gar nichts aus hier ich glaube der sumpf mobil gescannt das kann man das hast du schon pflanze auch du hast schon alles wegges kennt das ist gut und das da also wird es ja ähnlich ja das haben wir auch schon ja da unten ist ein stein da musste wieder verteidigen oder wie sie waren ne du färbt sie nur ein nein aber du hast ein fischi das habe ich in ruhe hauptsache eingefärbt lasst mich in ruhe oder kommt der nächste echt jetzt jetzt gibt es aufs fressbrett ihr könnt mir gar nichts dann hauen halt mit dem fisch tot oder so ha ha ausgetrickst na ich glaube oh da rennt wieder so ein komischer gelber grüner typ darum warum ist hier denn so viel weiß nicht friss meinen kabeljau und stirb dran nein die hauen mich kaputt ja das ist ja scheiße was soll ich denn bitte gegen die machen ja vielleicht nehmen wir den fisch auf ich weiß nicht vielleicht ist die banane wirkungsvoll warte so äh banane nein ich habe gesagt banane da hast du schon eine schusswaffe wo du die alle platt machen mit kennt ist und dann färbt die die nur ein ist was gesund das hat nicht funktioniert dann fangen halt den grünen depp da jetzt aber ganz schön ja wenn der wieder gegen die steine ist der doof ach so der kann auch fang ihn hier ich komme nicht dran haha hast ihn siehste das ist ja blöd was machen die komischen krokodile da warum ist er gerade gesprungen weißt so also merke äh äh das sind keine guten waffen ich vielleicht gegen die skelette dummes skelett du genau ich wollte sagen ist was gesundes er braucht nichts mehr nein koko kopp alter macht er viel schaden mit einem biss warst du schon weg ja also kämpfen macht hier in dem spiel keinen spaß ach doch ich denke schon wir haben nur halt noch keine passenden also man stirbt halt einfach sofort instant was ist denn das da warum leuchtet denn das da leuchtet halt was ja und warum leuchtet das das weiß ich doch nicht oh da ist ein haus ein großes da ist so viel oh da sind viele Truhen guck mal Truhen oh ah da kann da gibt es einen unterirdischen weg glaube ich ja so sieht es zumindest auf der karte über die ist auch einer eine gehe ich hin ja wenn du den weg findest vielleicht findest ja ein paar tolle waffen ach dass er sich aber echt überall festhalten musst du scan tatsächlich die flamme des grauen oh da ist eine spinne kann man die scannt das sieht nicht so aus nein die will auch jemals von dir aufs maul von mir die macht dich bestimmt gleich kaputt bis jetzt hast du von dir immer aufs fressbrett gekriegt ja das stimmt aber allerdings verdammt ich drücke immer die falsche taste er zeigt dir doch an was du drücken soll ja ich will immer vorausdrücken und dann ist immer die falsche taste was kriegst du was war das betäubungsgewehr oh das ist ja schon mal nicht schlecht vielleicht kann die ein bisschen mehr wie zumindest gehen sie wenn sie betont so also hier drin ist nichts mehr da 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 was denn was ist denn da da hinten da hat einen Stein der wird bestimmt wieder angegriffen vielleicht will ja auch mal dass du ah ja oh hallo betäubt ihn warte jetzt machen wir das anders ach so du bist ja du bist ja ein Fuchs ja gut man soll doch vielleicht auch die Wache auswählen da so trifft ihn auch oder steht er jetzt so beschissen ja aber der ist ja nicht da und er schläft ja aber auch nicht mal lang oder doch der schläft aber ich glaube wenn na jetzt haut er dich gleich ich glaube mit dem Gewehr hauen das funktioniert der macht dich gleich eher kaputt wie du ihm oh man ist das scheiße ey echt leck mich kümmere dich um deinen scheiß alleine ich habe keinen bock jedes mal zu sterben aber er ist ja im Prinzip nicht so tragisch zu sterben was ist das kommt der mit betäubt ihn dann säuft er ab warum steckt denn die Wache eigentlich erstmal weg Herr Sauf genau hä mit einem Schlag oh man die halten glaube ich ganz schön viel aus was ist das da hinten both oder was achso das hast du schon 駕 Wertzen sind glücker ich mache jetzt ein sneaky move des Todes Häh da geht es runter Ja Lass los man da leuchtet was Hallo Wissen Sie das decken durch leuchten kleiner pilz ist aber finster ja jetzt machst du deine einzige lichtquelle weg da 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 vielleicht ist ja was passendes drin ohne zwei stück scheppert aber richtig hallo dann hole ich mir jetzt erst mal die andere du hast doch dein dein komisches werkzeug da ich wollte gerade schon sagen du hast dein werkzeug ja ja gleich 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 was hast du jetzt bekommen oh ein seelisch endlich mal what the fuck ich war doch noch nicht fertig da unten der hat mich da voll rausgebeamt da komme ich jetzt von der seite wenn es geht doch guck mal ganz ohne so ganz schön tief ich glaube da ist einfach da fehlst du vom planeten ich glaube da ist nix wo du machen kannst da war doch noch oder oder oben ja da ist noch da 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 ist aber auch ein skelett oder nur oben du hast aber ein schwert kommst du auch durch ne cool aber da ach ich gehe wieder durch einen anderen eingang rein ja der ist weiter rechts gewesen der ist auf der anderen seite da hast nicht ich mich rein und hole mir noch die truhe aber das finde ich hallo weiter oben das finde ich ja witzig dass du selbst wenn du bedenkst beim ersten part war das so wo du einfach runtergefallen ist aber gar nicht darauf beachtet dass man sich da festhalten kann es ist heller geworden ja das gefällt mir aber du kannst dir schon mal ein säbel auswählen falls dann nachher irgendwas böses kommt hier geht es gar nicht mehr weiter doch da da ist doch so landschaftsdienst landschaftssimulator aber nichts bauen weg genau so habe ich mir eine schöne mulde gemacht und jetzt kommt sie mir noch nicht dran aber vielleicht ist jetzt was gutes jetzt jagt mich wahrscheinlich gleich wieder hoch ja ich glaube ein goldner stein naja aber man braucht sie ja so links ging es auch noch weiter oder ist so ein stadt mit oder wie die genannten besonderen gegenstand freischalten nur noch extra großer stallack die steine und du erhältst die kamera die neue missionstypen möglich macht und es dir gestattet bilder in deinen zu tun zu schießen ja rechts weiter da war ich doch Gott ja dann links 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 ah ne ich dachte da geht's lang okay da war ich doch gerade ja schon ja ich hab dich nicht geschrieben sollt mich nicht geschrieben wo komm mal da ist noch was ja das ach so ein kleiner war mittelgroße und da geht nichts weiter da so ne da ist zu ja aber da müssen ja noch irgendwo kisten sein aber wieso machen wir das eigentlich nicht ganz einfach wir gehen einfach nach oben und buddeln uns von oben durch stimmt das können wir eigentlich auch machen weil bist du da mal die wege gefunden hast du machst du einfach ein großes loch und dann bis nach unten warum schwer wenn es auch komplett leicht geht warum schwer wenn es auch kompliziert jetzt so ungefähr hier ne ja ich glaube ein großes loch machen und dann gib ihm saures da ist was ja hör mal auf dann hast du es glaube ich schon ja ich stehe auch mit drauf ja cool ich glaube du stirbst nicht gefunden falsche seite säbel des grauens und hack ihn den kopf abgestochen ja geht doch sie ist ja besser ganz auf die kiste drauf rumhämmert wie du willst jetzt glitscht es dich gleich wieder darauf was ist da drin pflanze noch ein goldner stein ich wollte da nicht runter packt das ein bisschen da war es krass ja ja kommst du da nicht dran weil du quasi andere kiste da glücker habe reingeglitscht ja oh ein bogen ein kristallbogen warum macht er das eigentlich jedes mal weiß ich weiß nicht vielleicht weil da was er drin ist oder so keine ahnung keine ahnung komm aber hier können wir jetzt weiter doch kommen wir lassen was ist da leuchtet zusammen ich glaube es leuchtet nur so was aber ich habe da gerade noch was gesehen ach so jetzt jetzt buddelt sie dich komplett durch die gegend so war das jetzt dann die muss ja also wieder da unten da mal das ja zum glück ist das noch gleich da ich habe da schon wieder bedenken hast du angst gekriegt ja ja oder sind eine truhe aber nicht auf die es abgesehen hat ja ja aber die bringt ja auch was das ist hier ja da bisher hergekommen haben zwei kisten okay so da kann sich da dann ging es doch noch weiter runter ja ja aber da bist ja vorhin gerade eben abgestattet krepiert ja da machen wir es jetzt halt ja aber ob du da so hinkommt die hängt da in der luft wie kann aber da musst du was hinbauen dass du da drankommen heiße füße die füße du stirbst gleich ich bin am start bau dir genau ist vielleicht ein bisschen weiter nach unten und dann bauen so dass du halt da drankommst aber setzen zu ja genau bau dir jana jones ja so halbwegs einfach coole waffe ja eine pistole na dann kara macht den cliffhanger karate kid 34 fuck you fuck you goethe ja würde ich aber sagen verliert man eigentlich steinchen echt jetzt werde ich ihn schmeißen gerade wieder in den tod 2 er voll frech ich glaube schon dass man stein verliert ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet oh da ist so ein ich glaube den christ in wasser nicht oder ja geh an land fangen die sau voll dran vorbei er hat mir das ding nicht mal angezeigt symbol ja und da vorne können wir uns vielleicht auch gleich ein buddeln oder so ja ja was heißt das machen wir beim nächsten mal was warum steht eigentlich b feierabend weil du den bergwaltigen holen na dann ja ok dann machen wir hier feierabend und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder würde ich sagen ja bis dahin und tschüss tschüss tschüss